hallo leute zum namen teil von diesmal nicht minecraft sondern spore vielleicht kennst wir vielleicht jetzt auch wer zum beispiel bei danny dresden gesehen er hat es nämlich auch gespielt ich starte mal hier schon eine welt ich sag mal ich gehe auf die erde zellenphase kreaturphase stamm ich gebe auf zellenphase von ganz hinten pflanzenfresser oder fleischfresser vielleicht was er kommen leute kein thema okay ich bin kein thema anscheinend kommen normal mein standardnamen so let's go falls es für euch zu laut ist es tut mir leid ich hab mal kurz raus tut mir leid bei mir war es ein bisschen zu laut jetzt gibt mir was immer noch zu laut okay jeder deine entscheidung bei sport beeinflusst deine zukunft als zelle musst du fressen wachsen und dich weiterentwickeln das wachstum wird ja unten der freundschrift anzeige angezeigt was ist deine freundschrift anzeige wenn du frisst sammelst du dna punkte dies kannst du in neue teile investieren um deine zelle weiterzuentwickeln freundschrift führt zu wachstum und deine welt wird größer ach so man muss ja man kann das mit der maus dass er könnte ich den angreifen komm den hole ich mir ist meiner ich bin jetzt ein bisschen größer sage ich mal au der ist ein bisschen größer ah andere zählen die schüssel zu jedem teil oh ok check ich ja angreifen habe ich okay die sind ein bisschen größer doch ok ich warte mal Leute ich tapp mal kurz raus ich stelle mich mal auf beschäftigt ok 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 Leute ich wurde gerade angeschrieben ich wurde einfach in eine gruppe hinzugefügt heißt meine ich und die heißt gerichtssaal oder so oh noch größer alles klar direkt raus äh ich sag mal weg da ah also ich finde das spiel an sich schon erstmal richtig cool da sehe ich doch wen ah au oh ist etwa Liebe im spiel ah nein zählen die seine ok ich lasse ihn mal auf grün die Form gefällt mir an sich nicht ganz so komm ne das hier das hier sieht cool aus ok Stacheln kann ich haben so so geht das komm drei Augen dürfen den Schaden ähm das ist schon echt krass Fleischfresser ok Beschreibung Ir 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 g ir ir er so muss es doch sein oder für er ich bin ja kein fleisch kein pflanzenfresser stärker naja was willst du jetzt ja die gabi weniger mit christ aber stärker sich was ist das ist das sind doch quali ich habe ihn verletzt ich bin größer als du ich sag mal ist nix passiert komm die da hole ich mir du bist meins so okay ich bin jetzt ein bisschen weiter ich bin schneller was ist das das sind pflanzen die kann man essen oder ja die kann man essen laut jeder das glück sind die pflanzenfresser ich fresse die jetzt auf ja ein kleiner stamm ich hätte sie mit einem biss auf leute leute das spiel ist schon echt cool echt krass finde ich alt der gift der die hole ich den hole ich mir jetzt der wollte durchfressen komm her ja noch eine karte gift spucken okay ich spiel übrigens mit maus will er nicht fressen und maus war eine tasse tun weil ich denke der wird dadurch schneller oder so jetzt war nur mit der maus rufen ein paar ich komme der nächste ziel ist wahrscheinlich Tempo ich habe 17 komm saufs aus cool der name ist mir scheißegal ich bin wenigstens schnell und immer noch ein fleischfresser da ich bin ah nein was ist los wo 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 Leute, und schon wieder tot. Ich will fertig sein. Also ich muss ganz... Oh, ich muss fressen. Fressen, um zu gewinnen. Wo kannst du vergessen? Dafür fress ich dich. Wo bist du? Da bist du endlich. Oh. Autsch. Oh, der ist ein bisschen groß. So, hier warten auf andere Leute. Dafür fress ich dich da. Der ist ein bisschen... Den hole ich mir. Ah, Leute. Ich will die Stocklos essen. Kannst du dich bedanbauen? Ich wollte dich fressen. So, ich bin jetzt wieder ein bisschen größer. Ich bin immer noch enorm klein. So. Die Kleinen sind mir einfach nur ein DNA-Punkt wert. Was? Ist das normal? Da. So. Ja, den töt ich. Jetzt, ob der mir gerade Schaden gemacht hat. Lol. Jetzt, ob der so schnell ist. Ach so, das ist mein Vater, oder? Hallo, Vater. Ne, das... Was bin ich? Das ist der Big Sohn. So habe ich mich doch genannt, oder? Als ob. Ich kann ihn nur von hinten schlagen. Und er ist tot. So, mir fehlt noch ein DNA-Punkt, Leute. Dann bin ich beim nächsten Teil hier unten. Du bist meins. Ah, noch einer. Da ist er. Da ist mein letzter. Äh, wieso wurde es leiser? Ja, ich habe ihn getötet. Ja, Leute, ich bin jetzt noch... Digga, wie groß kann ich doch wachsen? Das sind alles Algen. Jetzt stirbst du. Du wolltest mich streben. Oh. Ist das ein Plankton? Komm, Leute. Oh, no. Wieso ist er hinter mir her? Leute. Autsch. Das ist doch Liebe. Okay. Saugrüssel und Düse. Das ist für mich alles zu teuer. Äh, kann ich doch abbrechen? Ja, kann ich. Ja, dafür, dass du stürmst. Du hast dich ernsthaft gerade... Du hast mich einfach gerade getötet. Ey, Digga, jetzt tötest du mich noch. So. Zellenphase ist fertig. Kann ich mich nochmal finden? Nein, kann ich nicht. Jetzt kann ich dich auch töten, oder? Ja, kann ich. Ich muss ja noch viel größer werden. Ich werde dafür nicht sterben. Oh, noch größer bin ich jetzt geworden. Oh. Das ist ein bisschen... Leute, das ist meine letzte Entwicklung. Hier sind ja schon Muscheln. Ey, Digga, sei nicht so schnell. Sei doch nicht so... Sei doch nicht so... Das ist so mies, wenn man jemanden opfern muss. Selber wegzukommen. Ja, ich bin auch gleich tot. Ja, hi. Oh, fuck, oh, fuck. Hier sind böse Fische. Ja, ey, die Flucht... Nein, er ist noch da. Ja, er ist weg. Nein, ich bin fast tot. Das ist so gemütet. Ja, ich bin tot. Ja, meiner Stuttgart gerade. Ich bin tot. Bin ich jetzt? Ich bin wieder da, okay. Ich muss Leute töten, aber ich bin jetzt viel zu langsam. So. Ah. Ja. Nice. Zu dritt? Ein flotter Dreier? Was ab? So. Eine Düse kann ich mir nicht kaufen. Leider... Ich wollte aber größer werden. Das ist jetzt ein bisschen... Ja, okay. Ich bin jetzt ein bisschen schneller. Ich bin... Ja, bist du gelötet oder so? Das legst du dich mit mir an? So. Ja. Nein, ich bin wieder tot. Okay, Leute, ich sag das war's von dieser Folge und haut rein. Tschü-tü-le. 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 Vielen Dank.